Moin moin zusammen, hier ist der Trill und wie ich euch versprochen habe unter dem Kaktus Leipzig 2024 Vlog, kriegt ihr heute das komplette Trackmania Turnier Match, was wir auf der LAN gespielt haben. An der Stelle gleich, es wird ein sehr ruhiges Video, weil das war wirklich full tryhard. Normalerweise, wenn wir Cup of the Day spielen, kennt ihr das ja, wir quatschen auf die Scheiße. Aber das war halt wirklich full tryhard. Mit im Voice dabei waren Fibu, Kevin und Max. Max und Fibu haben mitgespielt. Und das Trackmania Turnier sah so aus, dass wir vier Maps hatten. Die im Cup-Mode gespielt wurden. Zu erreichen gab es 120 Punkte, damit warst du Finalist. Und als Finalist musst du nochmal erster werden, um den Sieg zu holen. Das kennt ihr ja mittlerweile aus Trackmania. Und es gab einen sehr, sehr krassen Fahrer auf dem Turnier, der auch letztes Jahr das Trackmania Turnier gewonnen hat. Kadabu, der vorab die Map schon fett trainiert hat. Fibu und ich haben die uns erst am Freitag angeschaut, als wir auf der Kaktus angekommen sind. Und unser Ziel war einfach hier aufs Podium zu kommen, weil dann bekommst du eine Medaille. Das ist meine Counter-Strike-Medaille. Und das war das große Ziel, eine Medaille zu erreichen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Oha, da sind aber viele Leute auf dem Server. Wahrscheinlich ist Kadabu nicht mal Top-5, Fibu. Wir dachten, wir machen hier mal kurz Top-3 fertig. Das wäre krank. Jetzt sind hier die Monster-Arzen. Wobei der Beethoven hier, der hatte auch ein paar gute Zeiten. Ich weiß auch nicht, ob das der Mate war von Kadabu letztes Jahr. Los geht es. Auf Platz 1. Das geht schon los, oder was? Nein, nein, ich glaube nicht. Live? Hört, die schreiben hier live. 150 Punkte. Ich hoffe, das ist einfach nicht da. Ich hoffe, das ist noch nicht live. Das kann niemals schon live sein. Man hat ja gerade erst Zeit zu connecten. Oh, Windzug, Windzug. Oh, Luft. Danke, danke, danke. Oh, es kommt Luft rein. Das war ich beim Vorbeilaufen wahrscheinlich. Das ist so schnell gewesen, Max, oder was? Was ist das hier? Welches Turnier? Ja. Hopp, hopp. Nee, nee, die Restart haben geschrieben, dass sie Restart nicht. Nee, nee, die haben ohne sich gestartet. Nein, das ist Quatsch. Wir haben gerade alle geschrieben, Top-Favorit Max ist gerade Kacken. Wir machen schon mal Go. Oh, nein, nicht Max. Boah, was ein Quickie. Ein L ist da, ist doch kein Problem. So, erstmal ein Zeichen setzen. Kader, beholt mich noch gesnackt, letzte Kurve. Jetzt raff dich aber mal, Lennart. Wenn ihr die Nummer 1 sind. Ich will nur eine Medaille, Top 3. Top 3 wäre lecker. Was ist das für eine Loser-Mentality? Erstart. Fragst du mal, ob da schon los live ist jetzt oder nicht? Ich glaube, das ist nicht live. Willst du 11? Das ist ein Intern? Das kann doch niemals live sein, oder? Oh nein, ich habe Bots an. Völlig. Autosteer war erlaubt, oder? Hoffentlich. Nein. Ich schreib mal gleich rein. Admin ist ein bisschen live. Ich schieße dich denn hin, jedes Mal hier, ey. Mann, ich sehe nur Namen, die ich kenne, das ist schwierig. Einfach fahren, Fibu. Ja, ich fahre einfach. Ja, ich auch. Ja, es ist live, schreibt er. Der. Der ist nicht atmen, oder? Irgendjahr im Chat halt. Nee, nee, ich weiß nicht. Ich trau nur aufs Server. Machtfisch, hat das geschrieben. Du setzt. Dem Gerti Kaktus. Fragst du, ist wirklich live? Dem Gerti Kaktus? Mir. Okay. Linien durch das. Nein, ich crashe. Jetzt kriege ich gerade das Finishing, ich weiß ganz genau, dass es gleich schnitzelig ist. Oh, das wäre mir eine fette Zeit von mir mal gewesen, dann crashe ich das Finishing. Ich habe den Hebelbug am Wasser und wenn du resetest, dann kommst du immer wieder rein. Das ist so krank. Der ist ja Machtfisch Admin, oder nicht? Nee, nee. Weiß nicht. Ist wirklich live. Oh mein Gott. What the fuck. Ist wirklich schon live. Das ist gerade erstmal einer connected. What the hell? What the hell? What the hell? Boah, da hätte ich aber keine 10 Sekunden später connecten dürfen, ey, holy shit. Ich war krank, ja. Max, du warst einfach die erste Runde nicht da. Ja. Da ist jetzt gerade auch erst einer connected, also es war ein bisschen sehr flottiger. Alleine rast und 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 rast. Also 150 ist Punktelimit, ja? Ja, war mal Pursuit. Oh, ja. Hier war Karaboo richtig krass. Ja. Good luck. Good luck, Jungs. Woo. Ich sollte nur noch wegzahlen und ich bin neun. Das funktioniert schon fast. Nein, eine tausendstel. Danke, du hast wirklich krank. Ich bin schlecht aus dem Dirt gekommen. Ich bin schlecht aus dem Dirt gekommen. Ja, aber das ist alles abgeklärt, weil die jetzt gerade Trackmania Turnier spielen. Ja, aber wir spielen gegen Tabs gleich. Ja, ja, ja. Aber bei denen ging es jetzt los. Es geht so 20, 30 Minuten, meinte Lennart. Dann spielen wir. Ja, ja, ja. Ja. Low-Brecket gewonnen gerade? Ja. 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 2 zu 2. Spielen wir dann gegeneinander danach? Ja. 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 Ja, aber wir sind ja beide im Low, deswegen jetzt denke ich, dass wir danach gehen und dann spielen oder so. Stimmt. Ich glaube, ist das ganz okay. Kann sein, ja. Ich glaube, wenn dann nicht spielen. Nee, wir. Die Handel waren krass, ne? Ja. Ja, die haben echt radiert. Ja, die haben echt radiert. Ja. 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 Ohh Fuck ich kack ab Kommo! 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 Ich glaub ich meine schlechte Star map tatsächlich leider, könnte sagen. Das ist auch die zweite oder die dritte eigentlich? Zweite. Zweite, ja. Es geht in koll proximity einfach jahr. Ja. Ya KadaBoom muss mal ne Runde verkacken, ey. Vielen Dank. Tschöö, Lenny. Es kann nicht mein Ernst sein, was ich hier fahre, Alter. So viele fucking Fehler. Auf dem Steam Deck läuft das Spiel echt nicht so gut. Der sitzt so ein Dattel auf dem Steam Deck. Das ist geil. Das ist geil, aber... Bist du auf Steam Deck, oder was? Ja, ich spiele auf Steam Deck. Danke. Das ist eigentlich die Map, wo ich sagen würde, die... Die und die nächste bin ich am besten. Da bin ich am schnellsten. Aber ich weiß ja, ob ich die konstant gut kann. Das glaube ich einfach noch nicht. Ich kann nicht viel riskieren, dann kann ich, glaube ich, easy immer den dritten machen. Ja, hier nicht bonken, halt. Hier, Lenny. Komm. War warm-up. War warm-up gewinnen, feierlich. Vollidiot. Okay, halt, ja. War gut gefahren, halt. Ich freue mich nur meinen Champion an. War warm-up gewinnen. 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 Fuck! Those. Those. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, der ist noch einklassiert. Ich muss die letzte Kurve releasen. Fuck. Das ist absolut krank. Nein, Max. Das ist so krank. Max, Alter. Ich hasse diese Lep. Hast du es gewollt, dass du mal als letztes da noch rumfährst? Ja. 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 Alter, was für ein Gear Down. Sorry. Oh, Gott. All right. What? What? BANG! BAM! Gesnipet, Alter. Geil, oh. Boah, zum Glück noch. Am Anfang irgendwie so ein Clip und dann mega Gear Downs die ganze Zeit. Das war geisteskrank. Ich hatte die eine verkackt. Ich hätte vier mal ersten haben können. Fuck, ich würde die so gerne noch viel öfter fahren, die Map. Auf der bin ich, glaube ich, auch nicht so schlecht. Haben wir noch eine hier? Nee, Map Change. Oh, und die erste ist die Cider. Holy shit. Also vielleicht. Fuck, auf der bin ich mir nicht so sicher. Ja. Auf der habe ich die wenigste Zeit. Ja! 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 Ich kriege schon wieder einen helles Schaden. Nein, Feebo. Oh, fuck. Er war ready, holy shit. Ja, Karabu ist krass auf der. 42, 1 ist sick. Jetzt. Verges. Fett day, John. Der hat auch noch keinen Fehler gemacht, glaube ich. Da bleiben eigentlich die Burgies. Oh, ich bin geklappt. Wort. Wirklich Wort. Schön saugen, schön saugen da. Let's go. Oh, wichtig, Feebo. Wichtig, nochmal den dritten da geholt. Ei, ei, ei. Sick, Feebo, sick, Feebo. Komm, hey, top 3 ist für euch beide drin. Pfui, pfui. Hi. Ich bin dir denn, deine Frau. Ich bin froh, dass das hier nicht die Decider-Map wird. Ja. Nächste, glaube ich, aber auch nicht, oder? 150 oder wieviel? 150, und dann noch angewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist einfach der Blutdruck. Sehr schrecklich hellschaden. Den auch. Ah, Mist. Das Ende verkackt. Jetzt wieder auf die andere Map. Ja, die wird die Sider jetzt, die nächste. Ja, stimmt. Auf geht's. Ja, außer ich fahre ins Eins halt. Ja, du musst jetzt. Ja, dann warte noch mal Rally jetzt hier langsam, Alter. Wir warten alle auf dich hier. Ja, in L halt. Hoffentlich. Oh, jetzt das Finish. Jetzt das Finish. Ei, ei, ei. Aui, aui. Aber da bist du auch besser als er eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Also das ist die Map, wo ich jetzt die meiste Zeit reingesteckt habe. Bist du safe, besser als er. Aber das Finish wird halt... Aber ein gutes Investor, Alter. Ey. Ey, yo. Bleiben die Burgies? Geht's dir gut, eigentlich? Oh my God, what the fuck? Das Warm-Up jetzt. Warm-Up jetzt? Ja. Ja, wir haben das Warm-Up. Boah, das ist der Blanker still, Alter. Holy shit. Boah, das ist der Blanker still. Ich glaube, wir müssen das Ende nicht üben. Schade. Ja. Gut Lack. Auf geht's, Team, auf geht's. Auf geht's, Team, 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 auf geht's, Team Die ist finnisch ey. Ach man. Ich komm nicht mal an Ziel. Man. Oh no. Du kommst einfach nicht rum. Nein. Ja, bei keiner Boots auch nicht halt. Naja, er hat's geschafft. Ne, jetzt, jetzt. Das war der erste gewesen. Ja. Ja, aber das Schlimme ist, er hat jetzt Finalist. Wenn er jetzt Erster wird, ist er durch. Ja, du musst jetzt zweimal, ne? Wenn ich grad ins Ziel kommen wäre, hätten wir jetzt Double Finalist. Ja. Die Kacke ist jetzt... Der Checkpoint am Ende ist halt leider Kacke. Er ist jetzt zweimal durch als Erster Easy. Ja. 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 Oh mein Gott, Fibu, du hast mich aufgerettet, oh mein Gott, Fibu, du Legende, Fibu, du alte Legende, Alter, du hast ihn ja jetzt so in den Arsch gerettet, Alter, jetzt, Lenny, jetzt verwandeln, jetzt aber auch verwandeln, ich hab mich so, ich hab mich so ran gesaugt, ey. Komm, komm, komm. Ist das krank, jetzt. Kommo, kommo, kommo. Fibu macht's so ready, ist das ein Ehrenmann. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Good luck 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 Good luck